Dieser Turm hier könnte das Energiespeicherproblem für immer lösen. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Gravitationsbatterie. Überschüssiger Strom kann nahezu unendlich lang komplett verlustfrei gespeichert werden. Es gibt keine Kapazitätsverluste über die Jahre wie bei Akkusystemen und das Konzept ist auf der ganzen Welt anwendbar. Und das ist auch absolut notwendig. Das größte Problem von erneuerbaren Energiequellen ist, dass sie zwar eine ordentliche Spitzenlast ermöglichen, aber einfach absolut unzuverlässig sind. Weht kein Wind oder scheint gerade nicht die Sonne, so liefern Solarzellen und Windkraftanlagen einfach keinen Strom. Doch natürlich verbrauchen Menschen auch nachts oder bei Windstille Strom. Die Lösung dafür ist eine Pufferung der Stromschwankungen mit Hilfe von Speichersystemen. Doch das perfekte Speicherkonzept hat man einfach noch nicht gefunden. Das könnte sich aber mit dem neuen Konzept von Energy Vault ändern. Ein Prototyp des Speicherkonzeptes gibt es bereits und auch der Wirkungsgrad ist wirklich genial. Große Investoren wie Bill Gates glauben an das Projekt. Und trotzdem, das Gesamtkonzept wirft große Fragen und Zweifel auf. Gegründet wurde Energy Vault erst im Jahre 2017. Doch das Unternehmen wurde finanziell erstaunlich gut gefördert. Gleich zu Beginn gab es ein Budget von ganzen 100 Millionen US-Dollar. Das Konzept der Firma ist äußerst simpel. Ein Krangestell bildet sozusagen das Herz der Anlage. Dieses wird vollkommen autonom von einem Computersystem gesteuert. Ist überschüssiger Strom vorhanden, wird dieser dazu verwendet, 30 Tonnen schwere Betonblöcke mit Hilfe des Kranes nach oben zu ziehen und auf anderen Blöcken abzulegen. Nach und nach bildet sich so ein dicker Betonturm um das Krangestell herum. Wird nun wieder Strom benötigt, so kann man nach und nach die Blöcke einfach wieder nach unten bringen und wandelt so die potenzielle Energie wieder in Bewegungsenergie um. Diese Bewegungsenergie wird ganz einfach mittels Generator zurück in Strom umgewandelt. Der neulich gebaute Prototyp hat eine Speicherkapazität von 35 Megawattstunden. Genug, um ganze 2000 Haushalte acht Stunden lang mit Strom zu versorgen. Skalieren lässt sich das Projekt laut Energy Vault aber auch problemlos auf 80 Megawattstunden pro Turm. Doch besonders interessant ist der Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad der Anlage beträgt 80 bis 85 Prozent. Das ist nur leicht unter dem Wirkungsgrad von gängigen Akkusystemen. Diese haben einen Wirkungsgrad von knapp 90 Prozent. Allerdings hat ein Akku auch diverse Nachteile. So fällt die Kapazität und Leistung über die Jahre durch die andauernde Nutzung rapide ab. Außerdem ist der Akku temperaturabhängig. Bei zu hohen oder auch zu niedrigen Temperaturen kommt es ebenfalls zu Leistungseinbußen und der Akku verschleißt sogar schneller. Diese Nachteile haben wir beim Turm überhaupt nicht. Das klingt nun erstmal großartig. Doch manch einem wird beim Speicherkonzept sicher schon ein riesiges Problem aufgefallen sein. Gespeichert wird der Strom als potenzielle Energie. Berechenbar ist diese mit der Formel Energie ist gleich Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Und genau diese Formel, die jeder aus dem Physikunterricht kennt, lässt am Konzept zweifeln. Denn logischerweise ist die Energie abhängig von der Höhe des Betonblocks. Und bauen wir aus den Blöcken einen Turm, so ist die Speicherleistung von den Blöcken weiter unten des Turms ziemlich gering. Wirklich viel Energie wird nur mit den obersten Blöcken gespeichert. Ein einzelner Block auf 50 Meter Höhe speichert exakt genauso viel Energie wie ganze 10 Blöcke auf 5 Meter Höhe. Doch nicht nur das. Ebenfalls ist die Speicherleistung abhängig vom Gewicht der Betonblöcke. Diese haben allerdings leider auch ein Volumen. Sprich, sie verbrauchen Platz. Ein einzelner Betonblock hat ein Volumen von 12,5 Kubikmetern. Eingesetzt werden pro Turm zur Speicherung allerdings mehr als 10.000 dieser Blöcke. Das entspricht einem Volumen von 125.000 Kubikmetern. Kurz gesagt, die Energiedichte des Turmes ist rein rechnerisch katastrophal. Wir benötigen für diesen Speicher enorm viel Platz. Platz, der in Ballungsgebieten und urbanen Gegenden äußerst begrenzt ist. Allein um den täglichen Energieertrag eines durchschnittlichen 5 Megawatt Windrades zu speichern, benötigt man knapp zwei bis drei solcher Türme. Doch nicht nur das. Es könnte sogar sein, dass der Turm überhaupt nicht zur Speicherung von Strom aus Windkraftanlagen genutzt werden kann. Die Blöcke werden mit Hilfe einer Saalkonstruktion am Turm entlang nach oben gezogen. Mit Wind könnte dieser Block allerdings wie ein Pendel hin und her schwingen. Das ist enorm gefährlich. Es kann sein, dass dieser Speicher bei Starkwind, also genau dann, wenn wir den Turm unbedingt einsetzen wollen, um den überschüssigen Strom von Windkraftanlagen zu speichern, überhaupt nicht arbeiten darf, weil die Blöcke beim Hochziehen sonst zu sehr schaukeln und die Umgebung oder gar den Turm selbst gefährden. Zwar meinen die Entwickler, dass das Problem durch intelligente Software lösbar sei, den finalen Beweis dafür müssen aber erst die Praxistests zeigen. Trotz der beachtlichen Nachteile ist es allerdings recht wahrscheinlich, dass dieser Speicher über kurz oder lang trotzdem in der Praxis flächendeckend Anwendung findet. Er ist einfach, kostengünstig und überall auf der Welt installierbar. Doch diese Eigenschaften treffen auch auf sogenannte Schwungradspeicher zu. Hier wird der Strom nicht in Form von Lageenergie, sondern in Bewegungsenergie gespeichert. Die Energiedichte dieses Speicherwerks fällt deutlich höher aus als beim Speicherturm und der Wirkungsgrad beträgt sogar 90%. Ist das eine Alternative oder gibt es hier auch einen Haken? Wenn du mehr über den Schwungradspeicher wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem jetzt kostenlos diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.